Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin so ein lieber Odo und wir sind zurück bei Star Trek, Earth of the Federation mit den Ferengi. Jo, nachdem wir einige Probleme hatten in den letzten Runden, kommen wir langsam aber sicher ins Rollen, wir haben ein wirklich gutes Einkommen. Wir haben mittlerweile relativ viele, relativ viele, relativ viele, relativ viele, Raumschiffe mittlerweile, also relativ viele, ein wenig Raumschiffe haben wir mittlerweile und wir werden jetzt einmal schauen, was passiert, wenn wir ihn mal quälen. Anstatt selbst gequält zu werden, der zweite Bar Cruises auch produziert werden. Das schaut alles gut aus, Ulya, glaube ich, kann da nicht weiter runter gehen, nein, kann es nicht. Ulya produziert ganz, ganz flott und sehr, sehr begeistert von Ulya. Na gut, meine Damen und Herren, haben wir schon, ich werde nicht in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit. Ah ja, wir haben denen eh schon angeboten, dass sie Member werden können. Da ist ein elender Outpost von denen. Wenn wir den zerstören würden, da haben wir den War Cruiser auch noch dazu. Wenn wir den zerstören würden, ist das ein Outpost 1. Da haben wir den, das ist das... ...und ein, das ist der demain wird. Da haben wir den 2.0, da haben wir den 1.0, aber da haben wir den 1.0, das ist das und das ist der 1.0 oder 2.0. Jetzt kann man sich irgendwas bauen. Wir bauen so ein Tunnel. Neues Zeug. Hier noch irgendwas mit der K. 121. 24. Tatsächlich. Die K. Kommen noch. Mhm, 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 mhm. 44 plus. Das heißt, wir müssen das dann nicht weiter hoch tun. Außerdem ist Mintaka jetzt in Range für diesen, für dieses Colonial. Okay, das tun wir da, 81%. Mhm. Das kaufe. Okay. Was, wenn ich das kaufe? Interessant. Okay, was, wenn ich es nicht tue? Rejected. So. Was, wenn ich es jetzt mache? Hm. Kaufen wir das mal. Das ist so toll. Wir haben jetzt wirklich viel Geld langsam. Mhm. Oh. Da ist gar kein Dings, gar kein, gar keine Station mehr, die wir gar nicht zerstören müssen. Ein Colony-Ship. Ein Colony-Ship. Sowas aber. Hm. Ah ja, Tycho. Bist du irre. Das dauert so lange, wenn man nie mehr als eins auf einmal machen kann. Wieso kann man nicht gleich auf Level 4 upgraden? Das ist gut oder schlecht in dem Fall. Ist das gut oder schlecht? Ist das gut oder schlecht in dem Fall? krieg gegen die klingonen führen ich habe jetzt mal ok 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 Schau mal, hat er irgendwas besonders großartiges? Drink, Enter, eine Runde. Wir dürfen das nicht vergessen, Uli ja wieder stärker zu stellen. Operation 25, ah, ok. Warte mal, jetzt ist wieder was da, ein Outpost? Ah, verdammt, ich sehne ihn nicht. Weil sie keinen Dings, weil sie keine Sensoren haben. Das ist von mir. Was haltet ihr von einem Membership? Echt jetzt? Könnten wir das? Die Dacharana sind eine truly unique Species. Unlike other sentient races, sie haben nicht veränderten internal organs. Also, what's noted for the advances and ideas in the physical sciences? Die Föderation möchte was von uns? Gut, Uli ja. Ah ja, das machen wir als erstes. Was ich Dietmar auch noch reintun würde, würde man auf 2 runter gehen. 화, das machen wir als erstes. Dann, heben. Aha, jetzt gehen wir sogar auf 285 Rot. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, kaufen wir das. Was folgt ihr? 2.430 Credits. Ja, okay. Okay, okay, okay. Soll es sein. Was haben wir noch? Ja, hier move'n da in. Sehr gut, dann haben wir noch einen Tinks. Okay, das ist ein Klingonen oder Toast. Matter packets. Opelius uses a supply of matter and antimatter to produce an explosion. Matter packet technology allows the matter and antimatter reagents to be thoroughly mixed before containment release. Providing a more efficient and effective detonation cycle. Commerce authority. Class 4 data brokerage. Class 4 research lab on strike cruisers. Ich bin nett. Content strike cruiser, frage ich mich gerade. Oh, die Seelei. Yes, zwei neue Trade Roots. Find ich gut. Und eternal security. Security agents have earned their pay. A routine port check has discovered what is believed the Cardassian courier ship in Romulanisches. Naja. Naja, kann man nichts machen. Ist okay. Wir mögen auch nicht, wenn die Cardassianer da sind. Wagner. 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 So. Machen wir mal Nummer 1. Und. Also. Mieter ist unser eigenes Mod. Hammer hat 2. Haven hat 1. Mieter hat noch keine. Dann müsste eigentlich jetzt noch 1 dazu bekommen sein wieder. Rubicon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch mehr Geld. So, Seelei. Level 4. for food research. Toast. So, was machen wir da als erstes? Schade, keine Ozeanwelt. Machen wir mal die Replikatoren. Einfach hören wir aus Köln. Dann. Mh. 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 Das Dings von innen. Mh. 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 Selai ist irgendwie so gelegen, dass wir scheinbar die Leute reinkriegen. Gut, soll es sein. Okay, fast geschafft. Fast geschafft. Vor von dem. Hoffen wir das auch? Nein, hoffen wir nicht, weil wir es nicht schaffen. Um... Um... Okay... Okay... So, MINTA-K... Transfer... Und was nächstes... Okay... Da sollte man dann auch anfangen... Da sollte man auch anfangen, neue Dings zu bauen, wenn wir das dann begrünen. So, nein, MINTA-K... Was haben wir noch? Äh... Selai... Sklar... Das kann man auch nichts machen... Die Bonus... Kann man da runter gehen... Aufgehen... Das dauert ab einem gewissen Zeitpunkt alles urlange... Ich meine, wir sollten nicht mehr unser Geld für sowas ausgeben und nicht die Typen. Dann... Andererseits... Ist natürlich schon sehr neidisch. So... Race Info... CI... Ah... Die Antikaner können sich nicht ausstehen... Ich rufe... Irgendwas... An... Cooperative... Hm... Wir haben kein Geld für den Gift... Wir werden zuerst einmal vergiften... Takara ist natürlich gutartig, weil das ist genau am Anfang des Romulanischen Reiches. Wenn wir die Romulaner knacken wollen, müssen wir Takara knacken. Irgendwie... 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 Ein Farb-Eck... Und ein Romulan-Outpost... Wir sind durch einen romulanischen Outpost geflogen... Wir haben nicht überlebt, das haben wir nicht überlebt, fürchte ich. Wir haben nicht überlebt, dass wir die FEDERATION-FEDERATION-FEDERATION-FEDERATION haben. Juki, kannst du? Okay. Der Refeiting Sektor 14, E4, has raised the concerns of many businessmen. Um, okay, das. Loki. Loki. Mm-hmm. Okay, schauen wir mal, Mieterkar. Können wir was kaufen vielleicht? Nein, wir haben zu wenig Geld. Ah, das dauert alles so lange. Okay, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Und hier haben wir das Archiv jetzt gleich. So, dann bauen wir, was bauen wir dort? Das ist das. Da haben wir nichts zu sagen, oder? So, dann kann ich mich auch schief mit Porn, weil das mit Porn. Mhm. Mhm. So, und zwar davon. Ja, mit dem fehlt uns noch einiges an Geld und nicht mehr so bald. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, so, nächstes Mieterkar. Hier, wenn es irgendwie schneller insgesamt. Tycho. Und fertig, okay. Wo sind denn ich die nächsten Kolonieschiffe? Ja. 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 Okay, Shipbuilding. Was kann man ein Strikecruiser? Was kann man ein Strikecruiser? Warcruiser kostet 3,46 und der kostet 4,88 bis zu ihre Hitpoints. Der hat mehr Hitpoints, 7% Plasma Beams, 5% Plasma Beams, 30% Each, 10% Plasma Papidals, 17% Plasma Papidals. Der kann aber nur kurz fliegen. Maintenance kostet 73, 94 kostet weniger in der Maintenance. Das sind lechte Kreuzer. Hm. Und dann ist das bloß. Das ist bloß. ok doch klart sind ein Tumaut post. Wie machen Harry? ja das haben sie alle tatsache die schilder angegriffen ok war schilder sind Okay, good. Federation signed a non-aggression treaty with the Romulans. The Romulans was nearly assassinated. The assassin claimed to be working on behalf of our intelligence forces. Relations with the Romulans are strained. Kann man nicht vorstellen, dass es noch schlechter werden könnte. Die Romulans sind enraged, wollen aber, dass wir gegen die Klingonen mit ihnen kämpfen. Okay, das ist eine Allianz. Ups. Hat er mal was? Oje. Das tut mir aber jetzt leid. Romulana, boi. Ein Warcruiser. Zwei Colony-Ships als nächstes. Finde ich gut. Troop transport. Yes. Du, mein Freund. Nein. Gut. Ich wollte da nicht rein. Wo bauen wir das nächste Ding sehen? Wir könnten da herbauen, natürlich. Das wird die Cardassianer allerdings ziemlich anpissen. Können wir das bitte lassen? Wir könnten natürlich nach Uliar auch einen bauen. Oder nach Senei. Na Uliar eher. Ja. Fangen wir nach Uliar an. Einfach, weil wir es können. Ah, ich bin so dumm. Ich habe vergessen zu terraformen hier. Jetzt bin ich extra dahergekommen. Takaarans. Takaarans. Wir können es, ja. Schauen wir mal, ob sie sich davon überzeugen lassen, gegen die Romulaner vorzugehen, nachdem die Romulaner offensichtlich nicht mehr da sind, ihre Grenzen gegen uns zu verteidigen. Scouts. So, okay. So, Truppensport. Die zweite kommt alt. So. Was haben wir dann noch? Ah ja, stimmt. Das wollten wir. Tja. Das nächste ist. Geldung, Es kann es mehr fünf credits. Na ja. Die Föderation signed an alliance with the Ferengi. Sie signed an alliance with another major power. An alliance is an indefinite agreement to share military infrastructure, unlimited Trades, scanning results, map data and intelligence data. Two major powers can win the game together if they are allies. Okay. Cordial. We understand the reasons of your behavior towards the Romulans. While your methods are distasteful, we hope they will prove effective. Your vessels are taking shortcuts through our territory. If you do not instruct your commanders to avoid our space, you may lose a few commanders. Okay. We don't do any shortcuts to your gear, you idiot. Not a single shortcut. Can I say for you, that you there are irgendwelche blödsinnigen Sachen in nichts baut? Okay. Okay. Ich würde fast sagen, wir lassen das jetzt, meine Damen und Herren. Wir bringen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss euch. Tschüss euch.